Von der Krise in die Freiheit und zum Erfolg als Unternehmer. Guten Tag, mein Name ist Franz Wienberger, der Gründer von Wienberger Haus. Vor 28 Jahren kam ich durch eigenes Verschulden in eine schwere Krise, welche sich dramatisch auf meine Gesundheit auswirkte. Meine Ehe stark gefährdete, die Beziehung zu meinen Kindern schadete und das Unternehmen, welches heute mein Sohn mit 600 Mitarbeitern leitet, am Rande des Ruins brachte. Eine dramatische Hinwendung zu Gott, eine tiefe Gotteserfahrung hat mich und mein Leben total verändert. Ich erlebte Heilung meiner Gesundheit, Wiederherstellung meiner Ehe und eine neue Beziehung zu meinen Kindern und einen erfolgreichen Weg als Unternehmer. Ich freue mich sehr, dass ich vieles in meinem Leben erreichen konnte. Aber das Wichtigste war meine Herzensveränderung. Und dafür bin ich so sehr dankbar. Auch ihr alle könnt das erleben. Es gibt eine erstaunlich einfache Lösung für alle Herausforderungen in unserer Zeit.